Frau und Zuschauer, Alina ist gar nicht dick geworden in der Zeit, jetzt um Corona. Alina ist tatsächlich schwanger und wir wünschen von Herzen alles Gute. Wir lieben dich und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Daniel. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist dann immer ganz komisch, wenn es dann plötzlich doch, ihr wisst es ja schon alle etwas länger, und dann ist es trotzdem komisch, wenn es plötzlich so offiziell ist. Es ist so eine sehr schöne Aufmerksamkeit, aber es ist auch komische viel Aufmerksamkeit. Jetzt darfst du endlich frei zeigen. Jetzt kann ich alles rausploppen lassen. Ja, gestern Abend hast du es mit diesem Foto der Öffentlichkeit mitgeteilt. Oh, hi. Sehr schön. Gefällt 56.000 Menschen. Wie viele Menschen kennst du? Es sind alles gute Freunde oder enge Bekannte. Alle wollen dir gratulieren und es gibt einen, der hätte dir so, so gerne heute auch wirklich in echt gratuliert. Er ist aber leider nicht da. Matzi! Er hat aber einen kleinen Gruß für dich. Hier ist er. Ich sage Glückwunsch. Ich sage wow, ist sie nicht Wahnsinn, die Biologie der Frau. Jetzt gehst du von mir für den schönsten Grund. Ein kleines Baby, bald bist du kugelrund. Ich hebe mich ein bisschen. Danke für die Zeit, bald ist es so weit. Du wirst Mama und das zum zweiten Mal. Es ist so schön. Es applaudiert der ganze Saal. Das Schönste auf der Welt. Und ich verspreche dir, ich werde auf dich warten am Klavier. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr süß. Matze ist sehr weit weg gerade und arbeitet in einem weit entfernten Land. Und Matze weiß das natürlich schon ganz lange, ist halt Onkel Matze. Da freue ich mich natürlich total drüber. Er wäre heute gerne hier gewesen. Ich finde es mit dir, Daniel. Ich habe es für Matze aufgenommen. Wir sind doch eine Familie. Matze wollte privat natürlich auch ein Feedback. Matze, ich habe aufgenommen. Versprochen ist versprochen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr süß. Ich habe ein bisschen Tränchen in den Augen. Ich weiß nicht, ob vor Scham oder vor Freude. Aber es ist sehr schön. Dankeschön. Richtig süß. Sehr schön. Kommen wir von diesem wunder, 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 wunderschönen Moment zum Zocken. Ja.